Moin Moin Männers, willkommen hier zurück bei Conan Exiles mit dem Manni, dem Beneta, den Holmes rückwärts und blauer Geist. Guten Tag. Hallo, der sitzt im Schneidersitz. Ach du Scheiße. Der stirbt. Wir von Dörrschen. Ich bin grad. Guck, was für ein Timing. Ja, irgendwo läuft ein Nackter grad an so einem großen dicken Baum. Ich hab meine Sachen. Ein Nackter am großen dicken Baum. Ja, da springt es. Ich hab meine Sachen. Ich bin weg. Ja, dann baut ihr doch mal. Ja, ich sammle grad Steine. So, Männer. Jeder für sich. Ein Gurt für die Welt. Ich mach mich vom Acker. Hau rein. Oh Gott, da ist einer. Hab ihr gehört, Männer? Jeder für sich, ja, ja. Das war knapp. Warte mal, ich komm hier nicht hoch. Das ist doch voll Scheiße. Ich bin auf der anderen Seite vom Berg. Komm ich denn da jetzt wieder hin? Ach meine. Das ist gar nicht so einfach hier. Oh, hier kommt schon wieder eine Hygiene. Ja, da muss ich. Sieht vorbei, ey, lol. Da. Ich muss jetzt mal was trinken hier. Oh, ein Krokodil ist hier auch noch, ey. Da. Ich muss irgendwie, muss ich hier auf der anderen Seite rüber. Das heißt aber da oben über dem Berg. Sag mal, wo seid ihr denn, Männer? Ja, ich versuche grad hier meine Ausrüstung wieder zu kriegen, aber das kann ich sagen. Ach, da ist ein Weg, ein kleiner Jahr. Hier, hier geh ich lang jetzt. Sag mal, wir sind das eigentlich von der übelsten Stadt da oben, wo wir immer jetzt gestorben sind, was wir mal kurz gesehen haben. Was ist das denn? Oh, ja. Günder, wissen wir, Schmähne, Günder? Oh, Paulums. Günder. Anni? Ja? Ich musste hier mit Insektenspray rumspringen. Entschuldigung, was ist los? Oh, das Krokodil kommt dann auch, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Doch mal. Ich will, ja, äh, äh. Da kommt jemand. Ich bin ein Hase. Ja, ich bin das. Ach, komm. Irgendwas läuft hinter mir, glaub ich. Ich hab ein Schwert. Ich beschütz dich mit meinem Leben. Ja, ich hab auch ein Schwert. Hose hab ich auch eins. Kommt das immer noch hinter mir, ja? Ne, ne, hinter dir, hinter dir ist nix. Okay. Okay. Dann, äh, weiter hoch. Das seltsam. Der hat den, der hat den Stehl an den Gyni gesehen und ist dann weggerannt. Den Stehl an den Gyni. Der hat deine Schlepphutten gesehen, das ist vielleicht auch Morales, Junge. Der hat gedacht, Alter, wenn er mit dir im Dorn, wenn er mit dir im Dorn hält. Wurde ich grad sagen, wenn ich sie dir in den Dorn lade, dann hast du erstmal einen Tinnitus, du. Da kommt noch jemand. Da kommt noch jemand. Hier oben ist noch ein, äh, hier. Mach mal da, äh, Dingens hier. Was denn? Da oben ist noch ein, äh, Bogenschütze. Da. Ey, ich brauch Schatten jetzt hier. Wo krieg ich denn Schatten? Ist das einer von uns? Das ist der Holms rückwärts, der Holms rückwärts ist das. So. Was ist jetzt? So, ich glaub, meine Leiche liegt irgendwo unten. Ja, ja, ne, hier rollt noch so eine Leiche runter. Äh, warte, jetzt musst du mich jetzt mal wieder, äh... Warte, jämmerlich in der Wüste, verrecken. Äh, komm. Wo ist meine Leiche? Die Sonne hat, der Sonnenstrahl, haltet euch fest, das gab's noch nie. Wie, der Sonnenstrahl hat meinen Körper in der Mitte zerteilt. Was haltet ihr davon? Ja, eigentlich nicht viel, das wussten wir immer. Du siehst ja auch aus wie so ein Kellerkind, du. Du kannst da vor dem PC sitzen und nicht rausgehen. Ist ja klar, dass die so nicht verbrennt. Sag mal, ich hab mal ne andere Frage. Was ist denn das für ein Kunde am Anfang, äh, der da wegfliegt? Weißt du, dieser, dieser große, das große Fliegeding, das ist... Du meinst, was aussieht wie ne Fledermaus? Dem und gegen den muss man doch bestimmt auch schon mal kämpfen, oder? Ja, das ist der Endgegner hier bei Conan Exiles. Ach Quatsch, ja. Echt jetzt? Ja, weiß ich nicht. So, was haben wir jetzt hier? Na? Wer? Du Stehlander, Mann. Ich red grad meine Sachen. Was willst du meine mitbringen? Du weißt schon, dass du, äh, die Augen geschminkt hast, du. Ja, aber meine... Hier sind noch ganz viele Sachen. Äh... Da ist sogar noch ein Ofen drin, was ist das denn hier? Oh shit. Das ist meiner. Ofen, Glasflasche und sowas. Das ist meiner. Holmes, rette mich doch. Der ist safe. Äh, ich bin runtergefallen. Könnt ihr... Ich bin dann wieder... Komm auch runter. Könnt ihr bitte, äh, bei mir oben, wo, äh, Hitcher, da wo wir waren? Wenn nicht... Holmes, ich kann nicht mehr rennen. Ja, ja. Da wo wir waren. Ich hab doch gesagt, spiel runter. Rette mich. Ich hab ja wenigstens die Eisenwerkzeuge und meine Klamotten mit. Nee, ich hab nicht so viel Platz. Dann die Arme und zwei Mongols. Du brauchst doch da einfach nur runter an die Höhle. Ich bin tot. Ja, ich bin auch gleich wieder vergebstet. Oh, Jesus. Oh, okay. Ja. Und was haben wir uns ja... Also ich versuch's jetzt noch eh mal, dann ist bei mir Wurffeierabend. Kann ich den warten? Warte, warte. Ich hab doch das Seil. Ich kann nicht mit dem Seil... Mich hinter... Kannst du mich... Aha. Ja, ich guck... Ich teste das gerade. Kannst du mir vielleicht meine Leiche hinterher ziehen? Ja, ich versuch das. Wäre nicht schlecht. Dann schleif mich einfach zur Base. Nee, ich komm dir entgegen. Nee, scheiße. Geht nicht? Wow. Warte, ich könnte ja mal... Äh... Okay. Krokodil, geh weg von mir. Wir werden dich eingeladen. Wie fühlt hier so? Holms, wir haben ein Krokodil. Ander, Bruder. Och ja, Menes. Guck mal, was ich alles mitnehmen kann. Ja, wichtig werden die Klamotten und die Werkzeuge. Ja, bei mir bitte auch. Holms, kannst du meine Sachen mitnehmen? Wärst du so lieb? Ja, ich schau, ob ich alles tragen kann, ja. Ja. Wenn ich schaue... Okay, ich bin auf jeden Fall über den Laden. Dann schmeißt du Steine und sowas weg. Das brauchen wir ja alles nicht. Das können wir neu holen. Das ist ja nicht so wichtig. Ja, das stimmt. Guck mal so, dass du nur die Sachen und Werkzeuge... Ja. 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 kannst du auch wegschmitten. Das ist nix, nix. Da kriegt man schnell wieder. Glasflasche. Ey, ich schaue das durch. Warte. Hier sind 12 Millionen Hygiene. Das ist doch normal. Oh, Menes. Da ist mir ja eine Flaschenpost ist mir reingeeilt. Ne. Ich weiß jetzt, wie man Glasflaschen macht. Und? Du musst die Gussform mit Kristall einfach in den Ofen legen. Dann passiert das von allein. Aber Kristall bekommt man nur in eine Höhle. Okay. Und dann kannst du daraus Glas machen dürfen. Okay. Ja, ja. Danke für die Flaschenpost übrigens. Ich bin überladen. Oh, ein Kanickel. Ein deutscher Riese. Bleib aufstehen du. Boah, tsch, tsch, tsch. Schau mal einfach entgegen. Äh, äh, haut auch bei mir die Steine und der ganze Flaschen raus. Ja, warte. Ja, 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 ja. Ich komme euch schon entgegen. Bin schon am Wasserfall. Wir sind Hygiene überall. Bladen wieder. Ach ja. Mensch, Gyni. Äh, Manni. Ja, was denn? Ich hätte mal Bock, dass wir hier vielleicht jetzt mal eine Hasenzucht aufmachen. Was hältst du davon? Mach doch. Bin ich dabei. Super. Teil. Muss ich auch noch mitnehmen. Geht's auch. Da geh ich lieber mal groß dran vorbei. Hier ist die Höhle, wovon der junge Mann gesprochen hat. Wo der auch? Gallermanns Grab. Holzkamera weg. Ey, das tut mich hier eine Hygiene töten, ey. Abfahrt. Was ist denn hier los? Guten Tag. Ich bin der Gyni. Wann hat ihr denn da? Oh, lol. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Ja, könnt ihr entgegenkommen. So. Ich hab jetzt alles soweit. Ich auch. Geh durch den Fluss. Geh durch den Fluss. Das stoppt. Okay, dann bin ich auch unterwegs. Da oben steht irgendwas. Wo ist das denn? Wer fällt denn hier unter? Ich bin grad unter. Das ist ja Roms. Oh, ja. Willst du noch? Warte mal. Was denn? Bist du leer? Ich bin auf 99%. Achso, okay. Dann weiter. Ja, meine Sachen liegen. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch. Am Wasserfall bin ich. Ja, cool. Wo und welchen Wasserfall ist denn? Meere. Da steht jemand oben am Wasserfall. Ja, das bin ich. Gut. Warte, ich komm hoch. Liegt ihr? Muss ich noch was mitnehmen? Ich komm runter. Warte, warte. Aber warum muss ich noch was mitnehmen? Soll ich noch was mitnehmen? Oh, ich werde beschossen. Okay. Ich werde beschossen. Ja, irgendwo steht zu mir. Ja, spring runter. Ja, warte. Spring. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Warte, ich komm. Ich bin der Wasserfall. Überwach meine Leiche. Spring runter. Was verdammt ihr für eine scheiß Idee. Ich versuche ja noch was mitzunehmen. Noch was zu retten. Wo genau, wo genau? Wieder da oben bei den anderen Typen. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Hier liegt meine Leiche. Ich guck mal. Ja, ich hab grad beschossen. Okay, alles klar. Schau was mal. Das ist jetzt alles. Oh, lol. Oh. Hey, hey, hey. Papier's mich. Warte, ich komm zu dir. Ich bin da am Wasserfall. Okay, ich hab grad den... ... ... Bogenschützen getötet. Kannst du einfach runterspringen? Äh, du musst dich an der Wand festhalten. Alles klar. Dann kannst du runter springen. Okay, ist klar. Wisst ihr was, Menas? Was denn? Ich baue jetzt ein Bett. Mit schönes, flauschiges Kissen. Hey, ich bin hier. Ja, Moment. Was? Wie kann man sich denn an der Wand festhalten? Äh, mit Knappwasser. So ist wieder zu springen. Ja, genau. Ja. Holms, wo bist du? Moment, ich komm wieder rauf. Schau grad, wo du bist. Ich bin unten am Wasserfall. Ah, beim Wasserfall. Okay. Bin unterwegs. Wo liegt Hitcher? Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Ich hab schon wieder eine Spine am Hals. Hitcher, wo bist denn du? Ich bin tot. Ich komm jetzt. Ah, hier liegt alles. Warte mal, soll ich mal gucken, ob ich mitnehmen kann? Ja, das sind deine Sachen, die hat alle drin. Alles verstehe. Ach so, dann nehme ich mir mal. Das ganze Lederzeug zum Beispiel. Ja, das kann ich mir erstmal rausnehmen von mir. Dann kaputtes Schwert. So, ich komm runter. Da sind die. Okay, da. Warte, kannst du mich kurz beschützen. Ich will ja mal mein Zeug nehmen. Mach ich. Kaputtes Schwert, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Warte mal, hier. Der Knüppel war mir. Bei mir hat Benetis Leiche gar nicht angezeigt. Ich hab Wasser. Ja, bei mir eben nicht. Vielleicht, weil du grad blinderst. Das kann sein, ja. So, warte mal, ein Helm noch. Hier mein Wasserdruck. Gut, was war denn jetzt noch? Ähm. Warte, die Spitzsache. Nee, Axt habe ich. Das habe ich. Das habe ich. Pfeile hätte ich eigentlich noch. Hat das keine Axt? Du hattest du eine Axt? Nein, hattest du gar nicht. Ja, warum meinst du zwei Axte? Vielleicht hat es er vom Gyne. Vielleicht habe ich deine Sachen. Das kann auch sein. Nee, nee, nee. Alles gut. Er hat ja zwei Axte, deswegen. Er lügt schon wieder. So, warte mal. Was habe ich noch? Ich glaube, ich habe dein Zeug. Der Rest ist jetzt hier drinnen. Ja, warte. Ich bin jetzt steht im Wasserfall. So. Nee, das ist der falsche Wasserfall. Oh, guck. Warte mal. Meine Trinkflasche habe ich vergessen. Sie ist gerade. Ups. Muss noch benedert sein. Hier vorne. Du hast gleich angezeigt, ja? Ach, hier vorne. Äh, meinen Ofen brauche ich noch. So. So. Okay, jetzt bin ich überladen. Will ich in dem Ofen, oder was? Hilfe. Hilfe. Hilfe, wo genau? Ich bin jetzt schon bei zweitem Wasser. Moment, ich bin unterwegs. Nee, Moment. Dann muss ich da hoch irgendwo. Nicht noch falsch. Oh, okay. Da muss ich aufpassen. Das sind welche Lagerfeuer. Ja, warte. Ich geh mit hin. Die kämpfen da gerade gegen. Geh mit hin. Warte, die sind abgelenkt. Wenn wir ganz am Rand bleiben, müsste es gehen. Ey, komm. Lass dich auch schießen mit Bogen. Okay, warte. Ja, schon. Oh, ne, das sind drei. Das sind drei. Eben. Deshalb. Warte mal, Gyni ist auch hier. Ja, ja. Bin da, hallo. Helms hat ein Zeug. Helms gibt mal Gyni ist Zeug. Okay, Moment. Wo seid ihr denn? Seid ihr unten im Wasser? Ja, ja. Hier im Wasser. Ja, unten im Wasser sind wir. Die sind wunderschöne Miesmuscheln. Bin fast am Wasserfall. Wo bist du denn? Ich bin jetzt da, wo ich runtergesprungen bin. Bist du nicht? Bist du nicht? Bist du nicht? Doch. Ne. Nein, bist du nicht? Weil ich bin ja dort. Du musst noch weiter. Du musst noch ein weiter. Oh, ey du. Ich hatte die Glasgussform mit. Oh, das darf ja nicht passieren. So was. Hast du's? Ja, mein Werkzeug. Ich hab alles hergelegt. Hast du alles genommen? Ah! Hilfe! Ja, genau. Lauf ins Wasser. Beneder, lauf ins Wasser. Manni, hast du's genommen? Wir brauchen jetzt hier dringend Hilfe. Dringend Hilfe, bitte. Wüste mein Schwert aus, Männers. Machen wir bitte. Könnt ihr bitte kommen? Ja, wir sind doch schon da. Wir sind da. Ja, hier sind drei Leute oder so. Ja, wir gehen gerade auf den anderen. Einer war schon tot. Genau. Beneder, der sendert hier. Ich schau den jetzt. Ah, da. Äh, alles nehmen. So. Leute, Hilfe. Wir sind doch da. Ja, ich will dich wieder verrecken, Mann. Ja, alles tot. Was sagst du? Was sagst du? Du hast das kaputte Schwert drin liegen lassen. Äh, leck. Sorry. Okay, komm. Ab geht die, Lüzi. Schnell zurück. Wer hat denn meine Spitzhacke? Äh, könnt ihr noch haben? Warte. Wo bist du? Lass uns das doch in den Haus. Ja, ja. Ja, ja. Aufkrieg jetzt, ey. Oh, ich sehe gerade, mein Ledergurt ist ein bisschen angerissen. Das machst du nie wieder. Das machst du nie wieder. Oh doch, ich habe schon die nächste Aktion für uns geplant, du. Die Höhle, oder was? Ja, ja. 100 Meter von unserer Base. Höhle. Aber erstmal bauen wir ein Bett. Oh, nehmen wir das Tigerfell hier mit. Ja, 100 Meter von unserer Dings ist ja ganz gut. Männer, hier. Nehmen wir das Tigerfell mit. Daraus bastel ich uns drei einen schönen String-Tanga. Tanga. Steht jetzt hier unten runter. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, nach Günder und dem String? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Möchtet ihr mir das nicht vorstellen? Ich auch nicht. Ich habe es mir vorgestellt. Mein Augenlicht. Wo ist mein Augenlicht? Ich bin blind. Kann ich jetzt hier runter springen, oder bin ich schon wieder tot? Du musst dich an der Wand festhalten. Einfach an der Wand festhalten. Du verstehst es nicht? Oh, ich habe Achselhaare. Sie ist gerade. Die stinken. Einfach an der Wand springen und lernt, dass du den Muskel drücken. Dann kratzt du noch schön mit dem Finger, die gehen einfach runter. Männer, hilfe. Ja, wo denn? Hinter euch. Genau, Hygiene auch hinter mir. Hier nicht. Noch einer irgendwo? Ja, ich höre auch noch eine. Da. Da ist sie. Die hat sich teleportiert. Nimm auf jeden Fall das Fell mit. Nimm das Fell mit. Warte mal auf. Der haut gleich die ganze Beine mit um. Ja, ich habe den Baum getötet. Ich höre hier noch irgendwas. Tschüss. Schuh. 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 Das ist ein super geiler Geheimtrick du. Geheimtrick. Ja. Da kannst du ja voll einen sagen, ich springe und dann tust du es doch nicht und dann hast du Verfolgerangehen. Oh, Krokodile links. Links, 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 Krokodile. Mach sie tot. Hier geht natürlich wieder voll aufs Krokodil. Ey, der will zu mir. Schlenkt den voll ab. Guck mal. Warum wollen alle zu mir? Ich verstehe das nicht. Hygiene. Hygiene. Ich bin so ein leckerer Typ vielleicht. Ich glaube nicht, du. So, die ist tot. Komm, weiter geht's. Ja, ihr braucht nicht noch den Stein töten. Normalerweise gehen Raubtiere immer auf das schwächste Glied der Herde. Schau mal hier über die Ager. Ey, was war'n das? Ey, die Schildkröte! Bin ich... Oh. Ja, das muss... Wir brauchen jetzt Fälle zum Reparieren. Weil die Schildkröte auch Fälle hat. Was zur Tatsache. Was ist? Was auf den, Junge? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Warte mal, ich bin überladen. Wartet mal bitte. Dann gib mal her. Gib mal her. Ich hab nix mehr. Mein Schwert ist kaputt. Hier. Dann gibst du mir den Steinen. Willst du euch doch das geben? Das Fell. Kommt, Leute. Lass uns erstmal zurückgehen. Oh nein. Beneter. Wenn deine Muskeln voller Blut sind, hast du das. Du siehst doch einfach sexy aus, so. Ja, ne? Achtung, jetzt läuft noch einer hinter euch hier. So. Also Günther. Wär nix sagen. Aber erst willst du uns Tankas machen. Hahaha. Und dann... findest du mit Beneter sexy Blut verschmiert. Wir sind... Wir sind hier allein. In diesem Sinne würde ich mich jetzt mal verabschieden. Ja. Das wird zu viel. Genau. In dem Sinne. Wir sehen's in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ja. Tschüss.